hallo allerseits herzlich willkommen zu electrician simulator first shock das ist so eine art demo beziehungsweise prolog zum kommenden electrician simulator gut ich würde sagen new game hi son thank you for coming i see you're ready to start your journey as a real electrician great for now i need help with some small tasks in our regular customers houses oh you need an introduction first okay then sell some old items okay in the top left corner you can see your current tasks and jobs since you are here already you can help me with selling all this garbage laying around the garage a reward okay so you can keep the change and here's an encompass at the top you can see a compass you can fill all the important find all the important all the important objects on there for now it will help you to find all the sellable items hier drüben last but not least your money and reputation money reputation und die Uhrzeit here take this 200 dollar pocket money and i'm in a good mood today aren't they the coolest dad each task that you finish will give you extra money and reputation one day you will become a reputable electrician just like your old man so okay wow die sensitivität die die ist aber sowas von außer kontrolle stellen wir gleich mal wenn ich runter ist immer noch genug so blank was muss ich tun interact linke maustaste okay hier können wir mal alles verkaufen soweit hier shelf das zeug muss weg und hier alles muss weg das hier nicht okay die schneeschaufel muss weg die alten reifen natürlich gut great our garages garages clean well at least cleaner cleaner than before now go to my laptop and accept the job you will need a password of course but where have i put it müssen wir jetzt suchen oder wie ähm erstmal den laptop suchen password on the back sometimes you need to press left mouse button to interact but you can also hold left mouse button to enter an inspection mode ah 2489 nicht weiter sagen password 2489 confirm good inbox this is where all your messages show up check it if you want to find new custom customers and jobs except those you like the most and get to work shop this is where you can find all the supplies needed for electrician jobs at your jobs tools cables and well that's it for that is all for now this is just an introduction after all ok erstmal haben wir hier einen customer alessander Castillo i wanted to turn the bathroom light on and it didn't work i'm an old man and it is really difficult to take a bath in the dark i hope that repairing the light switch will not be a big problem i'm not a rich man and can't offer much for the job but i hope you help me anyway gut machen wir that's right you've accepted your first job at the bottom of the customer's message you can find a list of suggested items you can check bottom of the customer's message ok um well you can find a list you can check which items you need and add them to the basket and buy them in the electrify shop ok suggested items einen schraubenzieher einen werden wir kaufen einer reicht gut ähm so und leave the office mit dem auto so wir fahren jetzt zu unserem ersten job der erste mission here you go it's your first electrician job every time you come to a new customer's house you can take a quick look at first go to the fuse box the most important thing in every electrician job so erstmal schauen wir uns das Haus an na jetzt hier müssen wir die Sicherungen rausdrehen oder abschalten wir versuchen jetzt mal ähm erstmal müssen wir das Badezimmer finden das ist das hier ähm hier funktioniert das Licht welches Licht funktioniert dann nicht das hier funktioniert nicht ok also dieses Licht funktioniert nicht das hier oben schon aber wir könnten jetzt mal schauen welches 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 ah das war gleich die richtige ok das war die richtige gut jetzt ähm fix the light switch ähm was heißt das press tap to open tutorials fuse box das haben wir ja schon gefunden achso wie das damit es weiter geht sollen wir die hier runter machen oder wie so erst mal lang drauf drücken click left mouse button on different light switch parts to take it apart you can rotate the camera zoom in and out try to disassemble the light switch and here comes the tricky part the wires for now we will help you with connecting them to the right spots just look for uh these icons and attach the two faces to the corresponding slots after everything is correct connected accordingly you should be able to switch the light good job ok erstmal runter machen muss ich äh achso hier geht es weiter achso ok so jetzt haben wir das geöffnet und hier sind die mit der rechten Maustaste kann ich drehen das sind die beiden da wird es mir äh komfortabler weise angezeigt L1 L3 ja der der hier kommt hier 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 rein und der hier ach so kommt hier rein dann wird das wieder rein geschraubt wieder zugemacht äh das kommt drauf diese beiden kommen drauf zack und somit sollte äh so sollte äh das licht wieder funktionieren nachdem wir die sicherungen wieder eingeschaltet haben tadaaa es werde licht you have completed all tasks go to the door to exit location wir sind ein vampir wir haben keinen kein spiegelbild sehr gut das war unser erster job der war ziemlich einfach aber ist ja cool damit dass man mal sieht wie die steuerung so funktioniert auf jeden fall reputation 2 you leveled up turn on flashlight ah ja hier flashlight okay um so hello sir i found this old console in my grandpa's house i wanted to play it but the controller doesn't work can you help me my dad told me that the battery in the controller is wrong can you fix it sir i don't have money so i can give you anything i can't give you anything but please help i want you to help you want to play some games okay um another type of work a workbench mission you did notice the small tools icon indicating the difference didn't you? uh ehrlich gesagt nö um um ah hier hier okay uh it is possible to accept tasks of different types at the uh at one moment go back to the garage garage and garage and check the workbench to check the accepted job achso das ist jetzt accepted und hier good morning i'm new in this town i haven't even had a chance to unpack yet but there's already one thing bothering me there are lots of outlets in my new house but many of them aren't working i can't watch tv and i can't turn on the lamp in the bedroom i guess i know how now why this house was so cheap okay suggested items haben wir wie sieht's hier aus oder brauchen wir nix anscheinend so um um hier workbench und hier haben wir schon den controller finally got here son i am so excited your first time at the workbench it is a bit limited right right now as i wanted you to be able to work on only one device i suggest you disassemble it first it used to be your favorite way to play with toys after all shouldn't be a big deal you will need a screwdriver upgrade for this there's a few bucks check here's a few bucks check the bottom of the screen and get the upgrade remember your tools wear down oh okay try to use them wisely and plan everything you want to do to avoid extra costs okay und wir müssen hier was was auch immer ähm erstmal brauchen wir hier den gut müssen wir kaufen kein problem somit haben wir zack das hier drüben wird das alles hingeworfen diese knöpfe alles zerlegen zack power plug und das ist die batterie so das wärs das ist meine so also wir wissen dass das gut ist dass hier die müssen wir neu kaufen 15 dollar okay so und jetzt assembly jetzt geben wir hier einfach die teile wieder in einmal zack angesteckt die knöpfe einmal was fehlt hier noch das war noch nicht angesteckt ja jetzt okay so und die vier schrauben wieder einmal zweimal dreimal und vier mal das können wir testen status good sehr cool und jetzt bekommen wir hier 60 dollar 15 hat es gekostet beziehungsweise 80 die schraubendreher aber das ist egal sehr gut das haben wir geschafft auf zum nächsten job außerhalb so und wir müssen jetzt mal schauen die schraubendreher die schraubendreher auf jeden fall ist hier ein eine steckdose hier sind steckdosen aber es geht um diese hier um diese hier der fernseher ist nicht eingesteckt naja klar jetzt können wir hier rein da ist das ist die lampe die schraubendreher das auseinandernehmen. Ah, hier. Da brauchen wir wieder den Schraubenzieher. So. So sieht es jetzt aus. Wir haben hier drei Schrauben. Einmal haben wir hier die Erdung, die kommt in die Mitte. Dann haben wir den Nullleiter, der kommt hier hin. Und der Leiter hier hin. Reingeschraubt. Zack. Dann Schraube. Und das war die erste. Dann haben wir hier noch ein Outlet. Da knien wir uns auf den Boden. Ist natürlich auch nicht montiert. Warum auch immer. So. Und so. Schrauben rein. Zack. Zack. Wunderbar. So. Dann haben wir Ach so. Hier. Einmal einstecken. Dann haben wir das hier. Das ist ein Doppelter. Schrauben siehe. Im Endeffekt ist das aber nichts anderes hier. Oder nicht viel anders. Wir haben hier jeweils zwei Anschlüsse. die wir nehmen können. So. Sehr gut. Und die Lampe. So. Schauen wir uns. Ach so. Das kann ich nicht. Aber wir könnten das hier dann auch anstecken. Äh. Wir was war hier. Ach so. Ich dachte da liegt was drauf. So. Sicherung ein. Erstmal die Lampe. Jawohl. Die funktioniert. Dann schauen wir mal ob der Radio funktioniert. Die Alarmuhr funktioniert. Diese Lampe funktioniert auch. So. Die funktioniert. Die Funktion funktioniert. Äh. Kann man den Moment. Kann man den auch anstecken hier? Das ist das Kabel ist etwas kurz. Funktioniert. Jawohl. Ich bin ein Fan davon. So. Ähm. Wir sollten die einschalten und genauso sollten wir auch den Fernseher noch einschalten. Ui. Schön. Und somit ist dieser Job auch wieder erledigt. Und wir haben uns immer noch nicht verletzt. Schafft. Schafft. Boah. Das ist leicht verdientes Geld. Jetzt würde ich mir gern mal äh. unser Werkzeug ansehen. Kann ich das irgendwie sehen? Also hier nicht. I need your help with something. You see I'm a huge fan of plants. I mean I love the little these green little fellas but I need to keep it low key. I try my best to take care of them but my grow light stopped working. I think somebody might have messed with the cables I need it fixed ASAP. I hope you can handle it. Remember the plants are a little secret alright. Okay. Wir kaufen uns 10 Kabeln. Muss ich den immer wieder kaufen? Da habe ich ja schon einen. 10 Das haben wir accepted. Hello there. I've heard from my friends that you're a beginning electrician. That's great. I got this carbon monoxide sensor which stopped working. I'm worried because I don't feel safe anymore while taking a bath. Could you please fix it for me? Screen not displaying anything. Sensor not detecting CO. Good batteries not working. Okay. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne mal schauen ob ich irgendwo sehen kann wie die Schrauben hier zum Beispiel wie der Zustand der Schraubenzieher ist. Schauen wir mal. So erst mal aufschrauben Batterien raus Achso hier zack die hier das runternehmen. Jetzt geht's dahin. So, naja, hier. Zack. So. Und hier sehen wir sofort, es sind ein paar Sachen kaputt. Battery socket, kostet uns 5 Dollar. Das ist okay. Screen plate. Schauen wir mal, ob wir das fixen können. Look son, you can replace broken elements in the part view. Check their status by clicking on them. Green is good, red is broken. Simple, right? Right, make sure you use proper tools to interact with small elements. Try to desolder it, then buy a replacement element and solder it back. I'm sure it's a piece of cake for you. Also. Aha, und jetzt können wir schauen, was hier gut ist. Das ist kaputt. Das ist kaputt. So, da brauchen wir jetzt, jetzt kaufen wir uns einen Lötkolben. So, dann können wir das runternehmen und da sind diese Lötpunkte zu entfernen. Dann können wir das rausnehmen. So, und jetzt kaufen wir uns um 10 Dollar was diesen Teil und zack. Und dieser Teil kostet uns 2 Dollar und somit ist das Ding jetzt gut. Gut. Und hier hinten, das passt, der ist kaputt. Raus damit. So, dann können wir den raus. Ah, dazu brauchen wir die Pinzette hier. Dann einen funktionierenden drauf. den Lötkolben wieder drauf. Great, the pot is now fixed. You can see that its stages on the bottom left has changed to good. Click the arrow to go back to the full item. Sweet, the pot is now fixed. Its stages on the bottom left has changed to good. Click. Ah, ja, genau. So, ähm, wir könnten hier noch die restlichen Teile durchschauen, aber ist alles gut, hat er gesagt. So, somit ist das alles fertig. Nur der Sensor. Den versuchen wir jetzt auch mal zu fixen. Und da sehen wir ein paar Teile, die kaputt sind. Der hier ist kaputt. Ah, wir brauchen wieder die Pinzette. Zweimal. Äh, der war noch kaputt. So, das ist dann 7 Dollar. Und hier ist noch einer. Boah, das sind kleine Punkte. So. So. Jawohl. So, dann müsste das perfekt wieder gut sein. Im Endeffekt sind diese Teile jetzt alle funktionierend. Also, also werden wir wieder zusammenbauen. Zack, wieder. Achso, mit dem Schraubenzieher anschrauben. Schauen wir mal an. So, weiter geht's mit dem Kabel. Einstecken. Ähm. So. Äh, das nächste wäre, hätte ich gedacht. Hier, wenn die Batterien hier. Echt. Was fehlt noch? Das haben wir alles schon. Ah, hier sieht man. Das ist nur 58%. Äh. 70%, 78%. Okay. Ähm. Aber ich bin jetzt etwas verwirrt. Irgendwas fehlt noch. Die habe ich angesteckt. Aber hier, hier vorne war nichts. Das war alles nur hinten. Den Battery Socket hätte ich als nächstes drauf getan. Irgendein Teil fehlt noch. Ich. Das. Das. Das ist alles. Das ist alles drauf. Alles angeschraubt. Ich bin gerade etwas verwirrt. Also, wie gesagt, die sind drauf. Was fehlt noch? Äh, zerlegen wir es nochmal. Schauen wir mal. So. Hier haben wir die Teile. So. Das sind die. Genau. Wir haben hier den Battery Socket Backcase. Cover Case. Okay. Das ist klar. Drei Plugs. Die haben wir eingesteckt. Screen Plate Sensor. Screen Plate Speaker Sensor. Das sind die drei und die Batterien. Also, Screen Plate Speaker Sensor. Die müssen mal angeschraubt werden. Die müssen angeschraubt werden. Und die hier müssen angeschraubt werden. Dann haben wir hier einmal, zweimal, dreimal. Und jetzt. Und hier. Diese Battery Socket. Das. Kapiere ich jetzt. Ich nicht so ganz. Da fehlt doch nichts. Das sind alles. Das sind alles. Gürtteile. Ich habe echt. Kann ich hier rüberschauen? Nö. Kann ich nicht. Äh. Ich glaube ich. Ich schaue mir die Einzelteile nochmal an. Ob ich hier alles. Alles eingelötet habe. Aber das. Das passt doch. Nö. Kann ich ja gar nicht mehr. Die sind alle. Soweit gut. Change Mode. Ja. Und hier wird es ja schon angezeigt. Was das nächste Teil sein soll. Kann ich ja gar nicht anders. Ja. Schrauben ziehe. Okay. So. Das hier. Schrauben. Schrauben. Zack. Hier sind jetzt noch. Äh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schrauben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt. Das nächste wäre jetzt. Dieser hier. Lässt er mir aber nicht. Lässt er mich nicht. Rein machen. Achso. Das hier. Okay. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts. Hier haben wir unsere Taschenlampe. Hier haben wir unsere Taschenlampe. Secret Passage. Oh. Fuseboxes like to play hide and seek, but as you can see, there is always a way to find them. However, sometimes you will need an additional item to undock them. Go and find a Fusebox key. Fusebox key. Ah. Und da ist er schon. Das war jetzt zufall. The Fusebox is now open. Pick your cable, son, and try to connect one of the fuses to the light switch on the wall next to you. Pay attention to the little icons. Make sure you connect two icons. Remember, every time you work with electrical stuff, turn off the fuse first, you don't want to. Whoops. So. Machen wir mal weg hier. Äh. Wie Cover? Wo? Ah. Ah. Ain't you smart boy, you managed to connect a light switch. Might sound obvious, but go check if it works by pressing... Uh. Dix. Uh. Link imaustaste. It. See? It is a double light switch, so it has two switches. Check the second one by pressing right mouse button. You shouldn't leave anything unchecked, son. So. Engeschaltet. Zuck. Damn son, son. Those lights don't work as they should. Check the connection between them. Press U to see cables that are currently connected. Place the cables... Uh. The cable between this icon and this icon. Notice how the second icon changes depending on where you connected the cable first. Good. Half of the job is actually checking things. You have to check everything to make sure it works. Uh. Der hier. Geht hier rüber. Zu dieser Lampe. Und hier... Toll. You got electrocuted. Never interact with electrical appliances without killing the power first. Maybe dribble in the game, but in real life it could be lethal. So. Das ist ein... Guter Tipp. Ach. Ich hab hier hingedrückt. Weil ich die Kabel noch aktiviert hatte. Um. Good job. All lights are now connected correctly. Except for that one. That light needs power, but there is no free slots left. Let me show you something. You can see the icon near the light switch when you start placing a cable here. The icon near the light will change to a switch icon. then... Like here. Here. Can I... So... Here. rüber und hier runter Look at them shine boy Awesome job, high five No? Oh well come on I will show you something else Moment, ich will das jetzt ausprobieren Einschalten Das sind die und mit der anderen Taste mit dem anderen Taster kann ich jetzt die andere die anderen einschalten also zack die hier und zack die hier zack cool Back to office So, wir bekommen sicher Abzug, weil wir uns einmal nö? nicht, weil wir uns elektrifiziert haben elektrisiert haben und das hier das weiß ich immer noch nicht was da noch fehlt, ich habe echt keine Ahnung Okay, aber ich würde sagen das war's für heute Vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ciao